Heute, ich muss euch was Unangenehmes sagen. Also ich werde für eine längere Zeit keine Videos hochladen und auch keine Storys oder One-Shits oder was weiß ich schreiben. Für die, die es einen One-Shit haben wollten, die noch keinen haben, tut es mir echt leid. Aber ich kann es leider nicht, ich bin nämlich krank und ich möchte mich jetzt alles halt auskurieren und das wird wahrscheinlich die erste Woche der Ferien dauern. Ich habe ja jetzt zwei Wochen Ferien und ja, ich würde es euch mitteilen, ich würde das gerne anders machen, aber jetzt kommt die zweite Sache, warum ich das nicht kann, weil mein Laptop kaputt ist. Ich muss ihn erst einfach reparieren lassen und es würde auch wahrscheinlich länger dauern und deswegen werde ich wahrscheinlich erst die zweite Woche der Ferien was hochladen oder erst nach den Ferien. Aber das Problem ist auch, ich werde dann da auch nicht viel hochladen können nach den Ferien, weil ich dann drei Wochen Praktikum habe und ich von halb neun morgens bis ein Uhr arbeiten muss, dann habe ich zwei Stunden Pause und dann muss ich nochmal von drei Uhr bis halb sieben abends arbeiten und dann könnte ich nur in den Pausen was hochladen und abends bin ich dann wahrscheinlich zu kaputt, um was hochzuladen. Deswegen werde ich wahrscheinlich in den drei Wochen dann nur in den Pausen jemals ein bis zwei Videos hochladen. Also es tut mir echt leid für euch, dass es jetzt so ist, aber Praktikum kann ich nichts für, ist wegen Schule und alles. Ja, es tut mir wirklich leid und ich schulde mich nochmal für meine Stimme. Wie schon gesagt, ich bin echt krank und nehmt es bitte nicht übel, aber ihr würdet es verstehen, wenn ihr selber krank seid, ihr könntet das nicht. Und es tut mir wirklich leid. Also nehmt es mich nicht so übel. Danke. Tschüss.